Der Spiegel zahlte den Beichtstuhl. Vor der Bundestagswahl 1957 berichtete der Spiegel, dass Kardinal Frings nach der Wahl Administrator eines neuen Bistums essen werden solle. Als Quelle wurde Kaplan Wisdorf angegeben, damals Referent für Ministrantenpastoral im Jugendhaus Düsseldorf. Wisdorf schaltete einen Anwalt ein, denn der Bericht war, so berichtete der BDK Informationsdienst, von Anfang bis zum Ende falsch. Der Spiegel musste daher eine Gegendarstellung drucken und 1000 D-Mark zahlen. Mit dem Geld, so die mündliche Überlieferung, finanzierte Kaplan Wisdorf den Beichtstuhl in der Christkönigkapelle des Jugendhauses Düsseldorf. Übrigens, falsch war die Meldung nicht. Nach der Bundestagswahl wurde tatsächlich die Gründung des neuen Bistums Essen bekannt gegeben.